Sie haben den guten Platz hier. Ja, wir freuen uns jetzt auf den Sängerchor hier. Der eine oder andere war vielleicht beim tollen Konzert jetzt am Samstag am vergangenen. War eine großartige Geschichte, wir haben es bestimmt bestätigt, wenn Sie dort gewesen sind. Der Herr Schweiger war gerade sehr charmant, der hat gesagt, die scharren Damen haben da locker Platz jetzt. Wir freuen uns auf eure drei Lieder. Herzlich willkommen, noch einmal mit einem großen Applaus und ich sag nicht die Julia, sondern der Fügezüge. Ich stehe jetzt aus. Applaus Ja, wir freuen uns auf den Sänger, wir freuen uns auf den Sänger, wir freuen uns auf den Sänger. Ola Rateria, Riria, Ola Rió Sie haben einen Klub und gut. Wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es. Wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es. Ein freundlicher Blick, ein guter, frischer, grüner Wein, das sind drei gute Dinge fein, damit ich mich herkriege, damit ich mich erschiege. Lass es den Tod uns machen, lass es den Tod uns machen, wie es zum Ende gut, wie es zum Ende gut. Welche zu diesen Sachen, welche zu diesen Sachen die Kunstbereiten tut, die Kunstbereiten tut, das andere bietet fein, ein sattes Jungfräulein, das dritte uns, er wird uns fort, seit Fröhlich kommt zu dieser Zeit, war in Trauer und Leid, war in Trauer und Leid. Applaus 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 Applaus